Jo mein Lieben, zu schau, ba und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir mal die Minecraft Sky Wars No English Words Challenge. Das heißt, wir dürfen heute mal keine englischen Wörter sagen. Erstmal, wenn wir ein englisches Wort sagen, springe ich automatisch runter. Boah, wir starten mal mit der Runde. Leute, ich habe mich einfach so heftig daran gewöhnt, immer englische Wörter zu sagen, dass ich einfach nie meinwerken. Okay, ich würde sagen, Minecraft dürfen wir schon auf Englisch sagen. Da würde ich einfach mal sagen, Leute, starten wir mal unseren Nachbarn einen Besuch ab. So schwer ist es eigentlich gar nicht. Und gucken, was in der Kiste drin ist. Ja, nicht so gutes Zeug. Mann, ich wollte schon wieder ein englisches Wort sagen. Das ist so schwierig, Leute. Es sind nur vier Spieler auf der Map und da hinten wäre direkt ein... Ich habe Map gesagt. Nächster Versuch auf der Karte Schloss. Auf keiner Map sind irgendwie so viele Diamanten wie auf der Map. Deswegen, Leute, machen wir jetzt einfach mal den... Boah, ich wollte schon wieder ein englisches Wort sagen. Machen wir einfach mal den Lappen-Move. Komm, komm, Alter. Bester Mann. Bester Mann, oder? Winning, winning. And I was banging someone. So, auf der Map. So schwer ist es eigentlich gar nicht. So schwer ist es eigentlich gar nicht. Stop. Sonst kriegst du gleich einen auf den Schnauzer. So, letzter Versuch. Letzter Versuch. Wir haben vorher da einen Kampf gehabt, nachdem ich wieder ein englisches Wort irgendwann mit drin gesagt habe. Wahrscheinlich habe ich selber rausgeschnitten, weil ich so gut dabei war. Ich wollte einfach nicht sterben. Es ist einfach extrem schwierig, keine englischen Wörter zu sagen. Man hat sich das echt auf die Zeit so krass angewöhnt. Also, Leute, das ist... Versucht es mal selbst. Versucht es. Das ist... Vielleicht erscheint euch das jetzt hier einfach, einfach keine englischen Wörter zu sagen. Aber, lol. Man! Was soll das denn jetzt? Ich hätte ihn noch bekommen. So, Leute. Ich hoffe mal, das Video hat euch gefallen. Ich weiß, es ist ein sehr, 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 sehr kurzes Video. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Morgen geht es dann wieder weiter mit einem anderen, freshen Video. Hier kommt jetzt irgendwas reingeploppt. Ich weiß nicht. Je nachdem, was ihr gerne schaut von mir. Dann würde ich einfach mal sagen, schaut euch die anderen Videos an. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Sechs mal deine Bewertung. Haut rein. Macht's gut. Und tschüss.